Krokodiler ist okay. Was? Hilfe! Da ist Sturm, okay. Ich brauche trotzdem die Affen, weil da oben waren Bananen. So. Hey, und hoch da. Schön. Wo kommen wir da jetzt hin? Oh, Rattlesnake, das ist ja toll. Springi, Springi-Schlange. Yay, juhu, juhu. Ich weiß nicht, ob das gut ist, die hier zu haben. Ich bin mir nicht sicher. Kann die? Ja, toll. Der Wind geht auch in die andere Richtung. Und natürlich, die Gegner sind überhaupt nicht vom Wind affektiert, ist okay. Was? Alter, der hört einfach, auf einmal bläst der in irgendeine Richtung, weil er lustig ist. Du wirst mich doch verarschen. Kann die Schlange da auf dich raufspringen? Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Oh, die Schlange kann die kaputt machen. Das ist ja toll. Ich meine, kann ich die Schlange? Ich kann die ja, genau, ich kann ja den da machen. Weil wir wissen, was da drin ist. Ein Chaos, ja schön. Nein. Boah, Alter. Ich finde die, also das mit dem Wind, das finde ich mit der Schlange echt ungut, ja. Das finde ich mit der Schlange echt ein bisschen, wow. Ich weiß nicht, ob ich die Schlange für gut befinden kann, hier. Bitte, Wind, setz nicht einfach ein. Es ist ja echt sonst gefährlich genug, ja. Lieber Wind, ich brauche dich jetzt echt nicht. Danke. Was ist das überhaupt für ein repetitives Level-Design, Freunde? Das geht doch so nicht. So, das O nehmen wir mit. Kommt, Mittelpunkt wäre schön. Nein. Gegenwind. Okay, komm, ist egal. Die Schlange ist weg. Ist, ist egal. Ah. Hm, wow. Okay, da ist ein Bonusfass. Ist aber kein Thema. Ich mache das Bonusfass so, ja. Wahrscheinlich hat die Schlange da jetzt gebraucht, oder? Finde die Münze. Bitte. Nein. Nein, toll. Ist egal, wir machen das nochmal. Ich kann das ja nochmal machen. Haha. Und da bekomme ich die Bananen immer wieder. Cool. So, wahrscheinlich geht das ja sogar relativ easy so. So auf jeden Fall nicht. Ich müsste, weißt du was? Ich kann eigentlich einfach mit Diddy wahrscheinlich drüber fliegen, oder? Äh, mit Diddy, sag ich. Mit Dixie, meinte ich. So. Und ich probiere jetzt mal was anderes. Ja, machen wir so. Gut. So funktioniert's. Haben wir perfekt hingekriegt. Trotz Wind. Alles kein Thema. So, Mittelpunkt. Leute. Öp. Yehey. Alter, ernsthaft? Das darfst du doch gar nicht. Moment. Das ist Diddy Bachel. Ist das jetzt doof? Ich war fix der Meinung, dass ich da rein kann. Na gut. Warte, dieser Wind. Ist der eigentlich... Ist der ran? Ne, okay. Der ist nicht random, sondern der ist ortsabhängig. Das wäre toll. Super. Ich will doch nur die Kiste. Jetzt bekomme ich nur eine der beiden Kisten. Na toll. Okay. Ja, ich nehme mal die. Wow. Das war jetzt mehr Glück als Verstand hätte ich gesagt. Oh, komm. Wir können ins Bromus. Das ist ja toll. Sammle die Sterne. Mit Wind wahrscheinlich wieder. Natürlich. Yehey. 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 Spaß. Freude. Muss ich die alle sammeln? Wahrscheinlich ja. Ja, toll. Ach, ich stürze ja gar nicht ab. Ich hätte jetzt fix damit gerechnet, dass ich da abstürze. Ach so, das Ding. Blödsinn. Das schießt ja die ganze Zeit, ne? Das ist ja ein Dauerschießfass. Habe ich vergessen. So. Komm, den einen Stern holen wir uns auch noch. Zum Glück ist der Timer relativ gut berechnet, ja? Also relativ human berechnet, dass ich hier auf jeden Fall, ähm, ja. Moment. Nein? Nein, 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 nein. Ach, ich muss hier... Na toll, ich muss hier warten. Okay, der Wind weht hier immer wie er lustig ist. Okay, verstehe. Aber wir haben im Sturmwald zumindest alle Bohnen gefunden. Ist ja auch schon mal schön viel wert. Gut, wenn ich so weitermache, bringe mir die ganzen Bohnen ja sowieso nichts, weil dann sterbe ich. Dann bin ich tot und habe keine... Also dann habe ich nicht gespeichert und nichts, weil das Spiel einfach manchmal ein bisschen unfair ist, ja? Ich hätte gerne einen Kongfass. Das ist aber da, ne? So, da kann ich es nicht reinwerfen. Moment, komm her. Komm her, Kleiner. Da kann ich es auch nicht reinwerfen. Okay, gut, dann machen wir lieber den da. Ist sicherer so. So, ich muss jetzt wirklich hier acht geben. Ich meine, diesmal will ich das... will ich die... das Ding unten haben, ja? Äh, was? Wieso darf der einfach umdrehen? Wie fies ist das denn bitte? So, und ab hier ist jetzt... Random, oder? Okay, abwarten, abwarten. Jetzt in die Richtung. Jetzt in die Richtung. Okay. So. Das gefällt mir gar nicht so, ja? Ich brauche das... Moment. Moment. Nicht da. Nicht, ich trau mich da unten nicht rüber. Ich trau mich da echt nicht rüber. Gott sei Dank habe ich es nicht gemacht. Sehr schön. Okay, Didi, hallo. So. Okay. Wind. Und in die andere Richtung wehen. Wow. Alter. Da haben wir Glück gehabt jetzt, oder? Weht der jetzt dauernd so? Nein. Soll ich scheiß drauf, dass ich die Donkey-Münze nicht erhalten habe? Es ist mir echt egal. Nein. Verdammt. Scheiße. Äh, schade, wollte ich sagen. Boah, das ist echt... Das ist echt schwierig mit diesem Wind. Das ist echt... Puh, alter. Ich... Wie viele Leben haben wir noch? Fünf. Okay. Achtung. Ruhig sein. Nein, das ist ja sehr toll. Das fängt ja gut an. So. Zum Glück ist da hinten Fass, ja. Jetzt gehen wir mit dem Fass mal da runter. So. Wir nehmen den Buchstaben. Dann bekommen wir vielleicht das G zumindest. So. Wir schalten auf jeden Fall auf Dixium, ja. Weil die kann fliegen. Auch wenn das natürlich nicht unbedingt notwendig ist. Boah, alter. Vor allem, weil der Wind einfach so spontan sich ändern kann, wie er lustig ist, ja. Das finde ich gar nicht gut. Finde ich echt... Das finde ich... Nee, das finde ich nicht gut. So. Da gibt's nur Gegenwind, ja. Man hat immer Angst, dass man dann im Gegenwind gefangen ist. So. Aufpassen. Und schwobel. Und schwobel. Und schwobel. Oh, hi. Flop. Ich hätte von ganz oben fliegen sollen, ne. So, was haben wir hier jetzt? So. Es fliegt der Wind. Es ist der Wind still. Ich glaube, wenn der Wind still ist, muss ich, oder? Ja. Ist besser. So. Okay. Komm, ist egal. Hey. Super. Wir haben es nicht erreicht. Ist egal. Komm. So, bitte jetzt speichern oder flüge zumindest. Ja, Gott sei Dank. Ich kann speichern. Kommschule. Eieiei. Wie viele Münzen habe ich? Neun. Diese toften Krokodile. Sie wollen nur lernen, wie man kämpft und Affen besiegt. So. Was gibt's denn hier? Geheime Eingänge. Was ist denn das? Wenn dir die sehr solide erscheinen können, geheime Durchgänge verbergen. Halte also überall Ausschau. Bonuslevel. In jedem Level gibt es ein bis maximal drei Bonusrunden. Für jede Bonusrunde, die ihr in einem Level findet, gibt es ein Prozent. Okay. Springt auf die verschiedenen farbigen Mini-Neckis, um die Gegenstände zu erreichen, mit denen ihr den Endpost besiegen könnt. Okay. Ich will leider nur speichern. Danke. So. Juhu. Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. So. Ja, gut. Und das war's für heute. Also bis... Genau. Tschüss, wir wollen den Proppen. Bis gleich zur nächsten Aufnahme. Tschüss, Leute. So, nächste Folge bei Diddy Kongs Quest. Ja, wir haben... Oh, wir haben hier ein Rufezeichen schon. Das ist schön. Papageienabsturz. So. Ähm. Weiter geht's hier in dem tollen nächsten Level. Ich habe jetzt nur noch vier Leben. Das ist aber kein Problem. Ja. Behaupte ich mal. Ist das gut? Ich... Ich glaube, das war jetzt... Ich hab kein... War das jetzt gut? Oder schlecht? Ich glaube, ich muss den... Oh, guck mal. Nein. Ach, ich kann... Ich kann da gar nicht mehr hoch. Okay. Wie läuft das jetzt? Ach, der gleitet einfach nach unten und ich kann auch nix machen. Oh. Oh, das war nicht klug. Ich wollte das gar nicht. Okay, ich kann runterspringen von... Von dem. Das ist gut zu wissen. Ähm. Hi. Oh nein. Okay. Das ist wahrscheinlich gar nicht gut. Ähm. Ja. Sollte ich vielleicht so nicht machen. Glaube ich zumindest, dass das nicht gut ist. Oh, ich sollte nach links lenken. So. Moment. Kurz mal bitte... Huckepack. Hallo, Didi. Würdest du bitte die... Ach, ich kann... Ich kann hier nicht Huckepack. Warum kann ich im Honig nicht Huckepack? Moment. Hup. Hup. Gut. Kann man... Kann man... Kann man nicht irgendwie speziell... Nö. Huch. Bah, das war fies. Das... Ich dachte mir, das geht. Okay, aber ist egal. Hier ist ja wieder ein neues Fass. Oh, warum lagts? Bitte nicht... Bitte lag nicht Spiel. Ja. Das finde ich nicht gut. Sollte, was ist jetzt los? Jetzt haben wir überhaupt... Jetzt haben wir Permaruckel oder was? Ne, toll. Sollte, diesmal bleibe ich auf dem Papagei drauf. Ja. Sollte ich die... Was war das jetzt? Oh. Der Vogel wurde von irgendwas getroffen. Ich hab keine Ahnung von was genau. Oh. Oh, hallo. Was war das? Warum? Warum hat der... Hä? Warum ist der jetzt auf einmal abgehauen? Was? Und warum ist da... Was ist da? Warum ist da so eine... Das... Das verstehe ich nicht. Was ist das hier? So eine kleine Alkofe? Ja, keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, was da jetzt genau schief gelaufen ist. Gut, ich hab den falschen Weg gewählt. Oh nein, wie in meinem Leben. Ich hab einfach den falschen Weg gewählt. Na toll. Was? Ach, der hustet dann immer. Und war hier... War hier... Ich hab hier noch kein einziges Bonusfass gefunden. Boah, warum muss eigentlich dauern? Ich... Ich... Ich finde das echt irgendwie doof, ja. Na klar, haben wir uns wieder... Wir wurden wieder getroffen. Der hustet dann so. Und wenn er hustet, das bedeutet so viel wie... Nö, jetzt nicht mehr. Warum ist der jetzt so schnell rübergesaust? Ich hab keine Ahnung. So, schnell runter. Oder langsam runter. Oh. Toll, toll. Genau in den Igel rein, super. Was für eine tolle Leistung. Naja, würde ich meinen... Naja. So, runter da. Und rüber ganz... Vorsichtig darüber. Vorsichtig, hab ich gesagt. Gut, ich kann... Ja, hust, hust, huste ruhig. Du komisches Vieh. Oh. So, schnell runter. Na, warten. Schnell runter. Und hier am Igel vorbei. Ja, hey. Oh. Warum ist der drüben? Weiß man nicht sogar. Ich mag diese Vögel nicht. Also diese... Diese Papageiabschütze. Ich brauch das fast nicht, weil... Oh. Ich hätt's beinahe doch gebraucht. Uah. Gut. Uah. Ja, komm, ist egal. Für die Münze tue ich alles. Ich bin Bananenmünzen geil. Oh. Ach, hey. Nein. So. Ja, einmal reicht ja nicht, ne? Muss man ja... Super. Muss man ja zweimal machen. Toll. Komm, ein Level werde ich ja wohl schaffen, oder? Was toll ist, ist, ich brauche jetzt ja nicht mal speichern, ja? Weil ich habe ja noch nicht mal irgendwas gefunden jetzt hier. So. Oh, ein Leben. Das ist schön. Schön und praktisch. So. Ja, kann... Kannst du schon husten, du komischer Vogel. So, runter da. Weißt du was, da gehen wir auch hier vorbei. So ganz, ganz... Oh. Ah, oh. Guck mal, da oben ist... Moment, da... Moment, da müssen wir jetzt kurz mal gucken. Ähm. Okay. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt funktioniert. Nö. Und ich habe dir die verloren. Das war ja ganz, ganz tolle Leistung. Wow. Müssen wir uns das Fass holen. Okay. Langsam, so. Ja, toll. Hammer, haben wir wieder mal hier, ist eh klar. Weil ich so gierig bin und unbedingt den Token will. Ja, den Bananentoken, warum auch immer. So, ganz vorsichtig. Okay. Ja, toll. Ein Claptrap. Okay, gut. Oh. 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 Diese Käfer. Dieses lustige Geräusche, wir machen. Ah, ich glaube, dass ich da wahrscheinlich reinspringen hätte können. Aber was wir auf jeden Fall machen. Juhu. Äh, was? Ach ja, ich trottel. Das ist ja ein Selbstumstellfass, ja. Bin ich wohl zu doof, um sowas zu aktivieren. Feuer. Feuer. Oh, wow. Feuer. Okay. Ich will nicht noch weiter nach unten. Na, muss ich aber offensichtlich. Ach, das ist voll fies, weil das hier einfach so eng ist. Was? Weißt du? Man muss, es würde ja zwei, dreimal reichen. Nee, aber hier muss man auf jeden Fall dasselbe Spaß hundertmal machen. So. Gleich auf den nächsten Vogel. Wobei ich ja lieber mit Dixie runterfliegen würde, muss ich ganz ehrlich sagen. Na toll. Muss ich ganz ehrlich sagen. So. Durch da. Abwarten. Abwarten. Durch da. Ja, das geht. Wow. Was ist denn das für ein seltsames Muss? Ach, hey. Moment. Durch da. Na toll. Ich gehe lieber da durch. Schnell runter. Huch. Ja. Runter, runter. Oh, er hustet. Gut. Okay. Ah, ja. Gut. Wir haben das Level geschafft. Ah, ja. Und da hätte ich drüber müssen, weil da wäre es sich ein Geheimnis gewesen. Weil jetzt habe ich hier... Alter. Swankys Goldgrube im Moment. Was haben wir da noch? Klappys Kiosk. Ähm. Ich speichere trotzdem kurz. In der Kong-Schule. Habt ihr schon bei dem Mann geschehen? Cranky mecker zwar immer, aber keiner. Und kennt ihn besser als mein Schatz. So, alles andere haben wir schon hier uns geholt. Wir speichern mal kurz für zwei Münzen. Ist zwar voll Wuche, aber naja, was willst du machen? Spiel ist halt so. So. Leid nicht. Ich drück da immer dann den anderen Knopf, weil ich mir dachte, denke, das ist verlassen. Aber, naja. Komm, ist egal. So. Hey, Funkys Flüge 2. Wald des Grauens. Oh, dieser Titel. Er macht mir Angst und Sorgen. Oh. Aber schöne Musik. Didi, didi. Und mega coole Post-Production-Effekte. Ja. Die den Super Nintendo einfach quasi mega eskalieren lassen. So. Bitte einmal nach oben hier. Hui. Danke. Ja, toll. Hier rein? Nö. Wäre wahrscheinlich in die andere Richtung gewesen, oder? Ah, da ist ein K. Hi. Und da drückt. Da drückt. Toll. Moment, ich möchte diese Kiste ehrlich gesagt eher. Kann ich die auch zum... Moment, ich muss auf Didi umschalten, weil ich... Die Eigenschaft, dass Didi einfach die Sachen vor sich her trägt, ist einfach so praktisch. Ich glaube ja nicht, dass... Nee. Oder kann man mit der jetzt auch so Sachen aufspringen? Ich bin mir nicht sicher. Da drückt. Okay, ja, komm, egal. Gut, wir haben wieder viele Bananen-Mützen gefunden. Was haben wir jetzt unten alles verpasst? Will ich es überhaupt wissen? Oh. Ich glaube, ja. Oh. Sehr cool. Haben wir richtig gut gemacht wieder. Richtig gut ausgewichen. Natürlich. Oh, ja. Gut, so geht es natürlich auch. Eieieiei. Naja, gut. Dann schnell weiter im Wald des Grauens. Dö, 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 dö. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Was ist denn jetzt los? Richtig, richtig schlecht gerade wieder. Dö, 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 dö. Komm, wir gehen oben. Hui. Ähm. Flup. Jetzt probiere ich aber trotzdem. Die Geschichte. Wow. Die Münzen gleich. Ich brauche die Münzen, ehrlich gesagt, nicht. So. Brauche die Münzen nicht. So, und komm, jetzt gucken wir, dass wir vielleicht ein bisschen weiterkommen diesmal. Was hier? Ach, hier geht es unten weiter, oder was? Oh, wow. Super. Bin so gut. Was? Ähm. Wo geht es hier weiter? Ich bin jetzt echt verwirrt. Ein bisschen. Minimal verwirrt. Ist das ein Problem, Leute? Wow. Und ich bin tot. Alter, bin ich schlecht. Ich glaube es nicht. Game over, game over. Es tut mir so leid, aber wir sind game over gegangen. Ja, und man kann game over gehen. Das ist ganz normal. Jetzt ist er da wieder nach unten. Ja, weil Stereo ist noch, aber deutsch wollen wir, ne? So. Dü, 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 dü. Moment, falsche Richtung. Gut, dann probieren wir es eben nochmal. Hier, Wald des Grauens. Ist ja egal, ne? Aber es ist jetzt echt eine gute Frage, wo ich, wo ich da wirklich jetzt ran muss, ne? Wir gehen unten. Obwohl, nee, diesmal gehen wir oben, damit wir gleich mal ein paar Münzen sammeln können. Oh. So. Ich habe keine Ahnung, warum sich das nicht ausging. Wow. Nein. Aufpassen. So. Passt. Toll. So. Sehr schön. Gut. Weiter geht's. Irgendwie, das ist irgendwie ein bisschen komisch. Moment. Ich probiere mal folgendes. Ja. Gut. Passt so. Oh. Zwei Leben. Wow. Okay. Ich hätte nach unten irgendwie gemusst. Wow. Das war richtig gut. So. Gehen wir mal da rein. Was das auch immer so bringt da drin. Ich habe mal da drin.